In der Ausgangssituation herrscht auf dem Markt ein harter Preiswettbewerb zwischen vielen Anbietern. Es bildet sich daher der Konkurrenzpreis, der den Grenzkosten der Anbieter entspricht. Alle Anbieter auf dem Markt schließen sich nun zu einem Preiskartell zusammen. Sie verabreden den Kartellpreis, der den gemeinsamen Gewinn der Produzenten maximieren soll. Dieser Preis entspricht dem Monopolpreis, bei dem der Grenzerlös mit den Grenzkosten der letzten auf dem Markt verkauften Einheit des Gutes übereinstimmen muss. Wenn wir in diesem Beispiel davon ausgehen, dass alle Anbieter mit den gleichen Kosten und Kapazitäten produzieren, erhöht sich damit auch der Gewinn jedes Kartellmitglieds. Da nun aber der Kartellpreis festgeschrieben ist, befindet sich wieder jeder einzelne Anbieter in der Position eines Mengenanpassers. Der individuelle Anbieter kann seinen Gewinn also weiter erhöhen, wenn er seine Menge an diesen Kartellpreis so lange anpasst, bis seine Grenzkosten diesen vereinbarten Preis entsprechen. Wenn alle oder zumindest ein genügend großer Teil der Kartellmitglieder so handelt, so wird es zum vereinbarten Kartellpreis einen Angebotsüberhang am Markt geben. Dann ist allerdings der Kartellpreis nicht mehr zu halten. Das Kartell bricht auseinander und der Preis kann sogar unter den ursprünglichen Konkurrenzpreis sinken. In einem Preiskartell wird deshalb neben dem Preis auch die Menge abgesprochen und koordiniert werden müssen. Ein stabiles Preiskartell ist somit auch immer gleichzeitig ein Quotenkartell, das die einzelnen Anbieter verpflichtet, bestimmte Mengen zu produzieren. Faktellpreis Vielen Dank.